Ich glaube, der Knopf ist hier... hier drin. Irgendwo. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie ich da reinkomme. Ist das hier? Nein, oder? Nein, Strömung. Das ist nicht das hier, oder? Wäre ein Zufall. Wie komme ich zum Wasserfall? Hier ist sogar eine Alphawand. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiss nur, ich muss da irgendwie rein. Ach komm, mach ich auch das hier. Ja, trotzdem mache ich irgendwie. Nein, Mario, 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 Mario. Okay, jetzt kannst du mit dem Arsch, Mario. So was von, ja, einfach. Oh mein Gott. Mario, bleib stehen. Ich sehe nichts. Ich habe Aggressionen und sehe nichts. Na! Ey, verdammt nochmal, ey! Ja, ich hasse das. Tut mir leid, Leute, aber ich muss das machen. Ich habe zwar noch das Geister-Level und was habe ich noch? Das Geister-Level habe ich. Und ich denke, das ist anders noch. Geister-Level habe ich. Was habe ich noch? Geister-Level? Ah, Feuer-Level noch, glaube ich. Mario, nein! Ach, kein Scheiß jetzt. Mario, ich warne dich. Ich bin richtig schlecht gelaunen wegen dir. Und hier auch. Ich habe so Angst, dass ich verkacken werde. Ohne wird's. Ich bin nicht verkacken. Ach, maaaannn, Mario. Ah, nein nein, 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 Mann! Ah, diese Kameraeinstellung regt mich immer noch auf. Ohne wird's. Ah, scheiß Kameraeinstellungen, ne wird's. Und ich finde die Mare-Ainstellung auch gerade super, da ist ja alles so... naaah. Wir haben alles besser gemacht. Na, das sehe ich. Seh jetzt aus. Viele Exen leben, wenn du sonst kannst du ein bisschen mit Exen leben. Lebends am Leben. Ah, Mario! Oh man. Bis von hier so. Mario, verruh ich dich. Ich wollte gerade sagen, bitte, dre dich jetzt nicht um. Ich hoffe, ich habe keinen verpasst. Ich hoffe, ich habe keinen verpasst. Oh mein Gott, bitte. Ganz vorsichtig, ich habe keinen Bock. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Hier runter will ich nicht fallen. Oh mein Gott. Ich muss ja nicht da runter rein, oder? Ich hoffe nicht. Ja, wie komme ich? Wie komme ich zu dem Wasserfall? Nein, ist hier auch nichts mehr, oder? Nein. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss ihn nicht da rein. Ich habe nichts da rein, oder? Ich weiß nicht mehr, wie ich da rein komme. Nein, Mario, du sollst schauen und nicht da. Jetzt ist, glaube ich, wenigstens das. Ich muss immer noch wissen, wie ich da rein komme. Wasserfall. Ich fahre mich nochmal zum Wasserfall. Was ist denn hier? Ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Nein. Da komme ich später hin. Jetzt komme ich nachher herauf. Ich bin ein bisschen informiert. Wie komme ich? Mit dem Scheiß-Ottenfall? Ich weiß es nicht mehr. Wie komme ich zum Wasserfall? Hast du mir einen Tipp? Hast du mir einen Tipp? Hallo? Schlage ihn! Ja, genau! Das weiß ich auch nicht. Ich will wissen, wie man zum Wasserfall kommt. Ach, Mann. Wie komme ich nochmal zum Wasserfall? Ich habe keine Ahnung mehr. Ohne Witz. Ich glaube schon durch das Level, oder nicht? Ich glaube schon durch das Level. Ich glaube, ich muss das Level machen und dann kann ich hier irgendwie... Ich versuche dann... ...komme ich... ...irgendwie... ...da raus. ...kannst du bitte das Schild nochmal lesen, mal ohne dass du hier rumlaust. ...kannst du mal eine Nachschuldung? ...kannst du mal... ...kannst du... ...kannst du... ...kannst du mal... ...kannst du... ...kannst du mal hier raus? ...kannst du al zu? Ja, ich versuch den Hohen zu holen, ich hab keine Ahnung, ich glaub ich hab das ein bisschen einfacher. Jetzt ist das Viech wieder da! Vorhin war das nicht hier. Wann da irgendwie da raufkommen, oder? Autsch, komm ich da nicht mehr rauf? Autsch, ja, ich bin bald tot, okay, nice. Ich bin tot, danke! Mamma mia! Ach, Mann. Ach Leute, ich sag euchs. Schnauze hier. Also Schnauze hier. Ich hab wenigstens die 100 Münzen gesammelt vor dem. Jetzt hab ich... Another level. Ich muss irgendwelche... Ach, hier. Weiter. Die roten Münzen hab ich ja schon, das ist ja mal etwas Gutes. Hier dachte ich, dass ich jetzt unsicher brauche. Dann geh ich mal hier durch. Wieder. Noch ein Nebel hier. Amare ist du fertig auf den Nebel? Hier brauch ich auch das Ding. Woher komme ich hin? Woher komme ich hin? Woher komme ich hin? Ah, hier komme ich hin. Da, 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 genau. Ich muss wieder weg. Ciao. Da, 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 da. Ach du Sch- Nein. Mario! Mario! Danke! Sei lieb zu mir, Mario! Dreimal. Mal Die wagen nicht mehr auf, warum? Nein, ich bin nicht mehr rein Ach, jetzt... Was denn? Schlimm, jetzt kommt es, was denn ist hin Moment bitte Bisschen zuschauen, wie ihr jetzt lebt geht So, wie geht der? Tut mir leid So, jetzt muss ich den Stehen holen Genau Genau Ich weiß nicht, ob die Fotos hat bei dem... Letztes Mal hat es bei mir einfach nicht geklappt Mario fiel runter, keine Ahnung warum Aber wieso, warum, weshalb So, Mario, dieses Mal kannst du es schaffen Genau Danke, Mario We're in! Here we go! Wuhu! Achja Ach, das war... Das war zu früh Ja, aber dann... Jetzt wollte ich eigentlich... Grunde Sees Laufenden Grunde Sees Ja, aber da brauche ich das Ding, oder? Wie bekomme ich das über? Warte mal, ist... Wenn ich beim BAUSA... Ah, muss ich da rauf? Erst... Ja, ich... Ich glaube ich muss BAUSA besiegen Gehen wir zu BAUSA? Wir gehen zu BAUSA! Äh, nicht der... Wir gehen zu BAUSA Und probieren es ein paar tausend Mal Ach komm ich ro... Nach oben... Und oben kann ich was machen? Ich weiss gar nicht... Ich weiss gar nicht... Oh zu BAUSA Ja, das wird in die BAUSA Und wenn ich den BAUSA Und dann ohne BAUSA Also... Ok... die greifen sicher an ich wette mit euch das kostet mir auch alles zeit ja genau ich hoffe die Kisten haben Luft äh Mario nimmst du bitte den Luft Mario nimmst du Luft bitte Mario oh mein Gott jetzt weiss ich auch die Reihefolge einfach nicht mehr also gar nicht das ist sicher die falsche Reihefolge oder ne ach jetzt hab ich Angst versuch's mal bei denen hier Mario kannst du bitte ganz könnt ihr bitte aufhören stimmt mal Mario ok ich darf da nicht reingezogen werden aber hier oben oder nein ey du ich kann die Kamera nicht bewegen sonst ach komm schon Mario ja komm 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 yes was ist das denn stehen ähm das ist ein extra Sten oder Sten gibt es hier gibt es ja auch hier 6 Sten jetzt ist der ein Level jetzt ist der ein Level jetzt ist der ein Level ich geh mal zu dem Pfeil hier kann ich auch wieder mal wieder mach ich an wenn nicht es muss hm 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 Luft schnappen wieder runter wieder runter wieder rauf Ist da ein Bosa-Schiff irgendwie? Ich glaube schon, ne? Ach, wie fahm ich da auf? Ich sehe ein Schalter. Ah, hier sehe ich auch die Dinger. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ja, aber... Ach man, bitte. Steuerung, bitte. Mach keinen Scheiß. Kamera auch nicht. Kamera? Hey, aber ich habe auch den Green-Schalter. Ach, okay. Und jetzt? Ja und jetzt? Boing, 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 boing. Hä? Ja! Ja! Mara, geh da. Ach, okay. Danke, Mara. Da hinten war doch auch irgendwie das... Ja. Die Kamera macht eh nicht wichtig, vielleicht schon jetzt. Äh, wie mache ich das denn? Ich glaube schon so, oder? Ich glaube schon so, oder? Aber... Du machst das hier und das hier. Ja, hab ich schon gecheckt. Ja, und wenn Mario da nicht mitmacht und die Kamera auch nicht... Alter, ich hasse die Kameraeinstellung. Ist noch schlimmer als bei 64, ey. Die Kamerasteuerung ist besser, alles ist besser, mhm. Ja. Ganz vorsichtig. Hä? Wie soll ich die roten Münzen bekommen? Und wie soll ich... Bowser Schiff in die Zwiegen? Wenn ich hier raufkomme... ... wäre das gut, aber ich glaube hier... Ah, doch, klein. Okay, geht's. Nämlich der Stern. Nämlich der Stern. Mhmmmm. Aber wer soll ich in einem Wasserfall... Lebendig gesagt, werden wir sie bekommen. Früher, oder? Ja, aber ich kann wieder... Irgendwas mit Industrien, aber ich kann nicht mehr rein. Ich hab keine Ahnung, kein Plattenschimmer. Müde, müde, müde. Ist die Uhr und ich bin schon müde. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ah, mein Auge. Hier komme ich auch nicht weg, oder? Nee, nee. Hat's hier sonst irgendetwas noch? Das Poolboard ist noch da. Ich komme nicht hier zum Pool rein. Hi, Arim Tak. Fuck. Du hast ihn. Danke, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich habe Weakened, also... Kamera, Kamera, komm schon. Jaaa. Ach, warte mal. Komm ich? Nein. Ja, da ist der Stern. Ich komme jetzt... Aber hier... Hinter dem... Aber hier auch? Nee. Alter! Äh, das ist... Versuche ich, ja? Wäre das Ziel. Wäre das Ziel. Also, ja. Aber, wie du siehst, langer Weg von mir. Ah, jetzt geht's! Ich weiß gar nicht. Boosa? Nein! Ach... Ja, okay, ich weiß. Ich weiß wieder. Okay. Okay. Und... Idiot! Ab! Vergessen! Ja, ich... Ach, Mann! Na ja. Ein Drittel habe ich ja schon. Ja... M.O.O.P.C. Äh... Auf der Switch... Spiele ich... Es kam ja alles da raus. Nintendo Switch... Ist das... Ja...